eben aber ich habe definitiv den level vorteil das bringt es so geil ich habe einem zauber vasal den mein blutdurst buff gesehen ja da ist er ironisch oder nicht ironisch ich habe 1,6 k gold gleich mal ausgeben ich habe noch 1,2 k gold ich muss auf die free spells free spells wurden erneuert vorher war da nämlich ein bug dass wenn man nicht 150 mana hatte aber trotzdem ein free spell dass man den ulti nicht benutzen konnte oder generell eine fähigkeit nicht wo ich wo ich kann ich die schuhe weiter nö laufen wir einfach los das war noch ein free spell geil die sind da oben auch ein gutes team oben die sind da oben auch ein gutes team wo oben los kanonen vasal folge mir ach ja jetzt ist mittlerweile die andere tos hier auch weg und tschüss nam 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 lecker kanonen vasal schatz was gibt zum frühstück kanonen vasal um wenn man gerade vom teufel spricht hier sind wieder kommt zu mir ich wollte gerade ach sollte doch ich habe mein flash ich habe mein ghost was soll ich denn wochen ich brauche ich muss nicht meine gegner heißen und da ist skype weg ich glaube aber er er kann sich nicht bewegen fuck oh gott sei dank er ja du hast noch du hast noch gelebt juhu ich lebe und jetzt bist du zurück zum zurück im spiel boah ey die ash hätte dich einfach so angreifen können ne sie hat es aber nicht getan als ash weggerannt ist habe ich noch geschrieben dass du off bist dann sind wir hoch gerannt aber gott sei dank nichts los ja das ist ein bug wenn du off warst kannst du mal kurz die mitte halten bis ich relocked habe wo das wird durch die lok ja okay doch durch die lok weiß ich nicht ob es besser wird naja jetzt geht es eigentlich wieder einigermaßen booh ich hab 2000 volt ich soll mal wieder ein einkaufen gehen boom down she is down 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 irgendwie fang ich an nun zu mögen ey 450er einheiten können verdammt immer sein wenn man einmal weiß wie sie zu spielen sind ja ich hab noch gar kein 6300er so zeit aus können wir ja öfters mal spielen mit wo äh nehm ich wo irgendwie gut als allein da sein und ja you just have to call du musst mich nur im richtigen moment anschreiben was doof ist ganz oft bin ich immer mit einer 5er 6er konfi drin und an dem spielen war immer ach wow big jetzt gehen wir mal wieder im kanonwasser den netten buff auch wenn du ihn auch gut gebrochen könntest mal hoch essen oh ich sitz fest oh gruselig moment ist Lux hier irgendwo? oh die steht da neben er ist am Tower scheiß ich kann sie nicht sehen ich mach mal kurz wie log ja mach du mal ja mach du mal ja ich hab auch einen schnellen PC ich hab nur lahmes internet auch wenn ich meinen Rechner nochmal aufmaßen lasse denn der ist mir trotzdem zu lahm andere gaming PCs sind viel 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 besser achja ich geh mit dem drachen fressen ne oder auch nicht bist du tot? ne Illegia war da na next muss ich die mithalten da 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 increite fast menor Mate dodododoo und jetzt erst doch die aber nur zu benutzen was einen zu tun ich habe in dem achten Sieg' nicht nur 80 Sekunden auch in Wieder ich habe euch das momentan das Internet gut es nur ist so Scheiße du kannst Ich muss kein Stück Lois spielen. Hade mich immer auf. Mein Golem Buff ist leer. So lange ich noch habe Drachen können. Aufft man sich wohl als Ding so alles. Als Irelia kein blassen Dunst. Wo wo wo! Hilfe! Ich werde gegangt. Hilfe ich werde verfolgt. Super ich bin doof. Super! Kanonvasal. Wird langsam langweilig. Wow ne 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 ne. Nicht gegen so viele. Super Pantheon. Lass dich verspotten. Oh was für ne glücklichen Bastarde. Alter wenn die überlebt dann hat die echt Lachen. Oh geil der Wawik steht mir im Weg. Lass mich laufen nach. Lepp mich doch. Dover Wawik. Er war mir im Weg. Okay ich habe zweieinhalb K Gold übrig ne. Überlegen die Gegner haben. Stuntown festhalten. Ja ich hol mir mal mehr Kurschuhe. Wird schon schief gehen. Die haben zergebraucht nicht mehr. Naja ich bin Tank. Ich bin's gewohnt zu sterben. Ich bin's gewohnt mit Shen immer jeden den Arsch zu retten. Und dann die Gegner weg zu taunen. Egal ob ich dabei sterbe oder nicht. Und meistens werde ich dabei noch gottgleich. Auch Abo. Auch Abo Battle. Hä? Wo er frei war. Ich bin gespielt. Ah ja Shen. Genia. Hm 25 FPS laufen aber trotzdem noch ziemlich flüssig. Geil. Scheiße. Ich glaube man kann auch nur 32. Aber ich habe auch 33 oder so. Ja generell habe ich dann irgendwas von 40, 50. Wenn ich nicht aufnehme immer. Wenn ich jetzt Aufnahme beenden würde würde ich da. Würde ich da definitiv merken. Dass es wieder viel flüssiger läuft. Hm. Warwick würde ein Custom Skin passt zu Warwick. Na ja. Wenn ich einen Skin möchte dann gehe ich in den LOL Ordner. Hol mir die DDS Datei von und pack die mir in den Custom Ordner. Und schon habe ich ihn. Sehen die anderen zwar nicht. Sehen die anderen zwar nicht aber ist mir egal. Und man kann nun was erlebt immer noch. Oh ich sollte vielleicht mal back gehen oder? Ja. Hier sind gerade alle.